Wir machen hier mal alles weg. Können wir hier einen Fischer bauen? Okay, einen Brunnen. Einen Brunnen sollten wir auch bauen. Den sollten wir auch tatsächlich dann irgendwo an der Ecke bauen. Aber am besten natürlich so. Okay, jetzt ist der natürlich ein bisschen am Arsch, weil der kommt da nicht ran. Das heißt, ich baue hier jetzt noch mal ein bisschen weiter. Dann baue ich hier dann tatsächlich doch noch mal einen Brunnen hin. So, dass der direkt mit dem abschließt. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Steine. Wir machen jetzt echt erstmal hier alles frei, würde ich sagen. Damit wir schönen Platz haben zum Bauen. Jetzt sind die alle so... Ist das das DLSS hier oder was ist das? Ultra Performance. Ja, hier ist klein, die am Bauen hier. Ich weiß gar nicht, wie viel, also die hat null Bretter. Sind die hier drin, die Bretter? Die passen gar keine Bretter rein. Ja, sehr schön. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Was brauchen wir denn da hinten? Hier, hallo, 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 hier pennt einer. Das kann doch nicht wahr sein. Wir können noch ein Herbelis drabbauen, ne? Boah, ich wollte gerade sagen, die brennt. Ja, ich wollte gerade sagen müssen, die brennt. Die hat Hunger und muss schlafen. Wann geht die denn nicht schlafen? Alle Hunger. Ich glaube, wir brauchen diesen Marketplace dafür, ne? Ist auch gleich fertig. Sehr gut, ist fertig. Wolkers. Jetzt, äh, wir brauchen, was war das? Intelligenz, glaube ich, war. Zum Beschehen im Gatering. Chipbuilding, Blacksmith. Transportation. Okay, Intelligenz, würde ich sagen. Okay. Ähm, Asyl. Okay, äh. Wild Gatorer hat. Das gut, ein Gatorer hat, das bauen wir jetzt mal. Hier kann er hundertprozentig, äh, produktiv sein. Und 30, okay, hier kann er tatsächlich hundertprozentig sein. Dann würde ich sagen, bleiben wir hier. Bei dem guten Mann. 70 Silber. Eieieieiei. Priorität. A decoration. A unmistakieren. AHHHHH. Aämä. A overthrow. A dispbaar. B Charter. B Charter. B Charter. B Charter. B Charter. B Charter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das reicht erstmal Das Ding ist auch bald fertig, sehr cool Jetzt müssen wir noch warten Hier steht Alle immer mehr Hunger, ne? Ui, 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 nicht gut Was ist mein Problem, wenn wir bei diesen Spielen? Ich will immer so viel auf einmal Und weiß, was verkack ich diese Spiele dann direkt am Anfang Ach, kann man da hinten, der Jäger ist schon fertig No one is working Das ist ja natürlich, äh, Arschloch ist das Was brauchen wir denn hier für Power und Glück Power und Glück Nehmen wir den noch Ich glaube, er ist ein guter Jäger Will ich mal sagen Aber wie geil Jetzt sehe ich auch gerade erst Was da Befordert ist Geschwindigkeit Hier ist Geschwindigkeit sehr wichtig Machen wir so Drei Tage noch Und dann kann ich den Fest feiern Ob der Kollege hier hinten schon am Jagen ist Ich glaube, ich packe hier erstmal zwei rein Ich glaube, ich packe hier erstmal zwei rein Ich habe einen schöENй Jetzt gehe ich sogar Ich glaube, ich werde das Bewege, aber man sichotive chocolat Ich bin Ich bin definiert Also Ihr cool Toll Zwei Ish Fert Zwei dann wird die nacht hinter uns bringen ich will die schnell wieder arbeiten jetzt weiß ich auch warum die so eine schlieren ziehen wenn ich natürlich hier unten beschleunige dann sind die schlieren natürlich entsprechend groß oh der hat was gefangen aber hier ist nix aber das macht nix jetzt brauchen wir noch holz hier ich brauch oh alter das ist ne knappe nummer glaube ich das wird ne knappe nummer hier das holz einer läuft dahin dann läuft noch ein zweiter hin schon wieder nacht hier gleich wir haben einen ganzen verdammten tag gebraucht um da zwei holzblöcke zu holen holzbalken ah sehr gut jetzt ist da ein bilder am arbeiten zwei sind am arbeiten wo ist fertig das ding wie geil die bäume wachsen sogar nach sehr sehr cool aber die haben doch was gefangen wieso ist hier null fleisch oder ist er noch am zerlegen ne ist er nicht oder ne wieso ist er kein ist das hier im storage oder wo ist das sieben essen leder leder landet also hier drin ah und hier ist das fleisch da können die leute sich das kaufen speed und glück speed und glück brauchen wir hier so und wenn wir dann unser essen aufgestockt haben können wir richtig schön dann machen wir mal ein bisschen schneller gator your first fruit wo ist sie überhaupt hallo da ist sie ja schön aufgabe abgeschlossen treat man bild warehouse und assign warehouse man haben wir bild der herbalist ab assign a doctor find herbs ok das heißt wir brauchen assign a doctor herbalist ab ein herbalist ab ein herbalist ab reserve being cut down will sprout again unless the construction is built in that area ah ok macht ja Sinn dass wir da nicht bauen können ne d Warum wir denn das am besten hin? Oh, nie, so... das war nie sich gut dann können wir das ding bauen und dann brauchen wir noch das ist ja ein herb ist ab genau wir bauen jetzt noch mal vor haus ich konnte strukturen können kann man die aufwerten die häuser kann man nicht aufwerten kann accommodate a single family structure that can accommodate a single family it's it is quite robust and proceed protected und eine schlechte hey wir bauen gute häuser oder weil dieser innere monk dass es gerade sein muss sehr cool wir verkaufen sogar unsere bürger dass das essen kriegen richtig schön silber dafür das cool das ist richtig nice wenn wir hier vielleicht auch bald noch mal ein was waren das hier geschwindigkeit und glück das lockt warte mal sehen wir auch die leute ich glaube nicht mehr warum geht die denn nicht mal schlafen ja die sollte langsamer schlafen gehen die dame geht die hin die holt sich irgendwas zu essen ich hoffe die geht jetzt mal nach hause ich dachte die uns hier noch aus den socken kippen menschen das können wir nicht verantworten ist sie geht sie geht sie geht sie geht sie geht wo geht sie hin nach hause und kennt hoffentlich jetzt runde ja noch mal was essen oder sowas das wäre natürlich auch eine nice sache die arslauch wo haben wir die denn da ah guck mal sie rett sich aber schon wieder das gut das ist gut das ist das ist das ist das ist So, jetzt bauen wir noch ein Häuschen. Hier haben wir gleich alles drin, was wir brauchen. Hier können wir gleich auch nochmal alles schön abholzen, das ist auch cool. Das ist voll gut, dass das alles nachwächst so schön, ne? Oh, da ist jemand nicht gut drauf. Die hat denn hier, warum nicht? Die ist am Essen, die ist eine Arbeiterin. Die würde schon was anderes machen, ne? Trailer Blacksmith Shipbuilding. Achso, weil sie hungrig ist. Oh, und die hat nichts zu Hause. Wir haben aber genug Essen da, aber wieso holt sie sich denn nichts? Ah, die sind alle ein bisschen müde, glaube ich, ne? Schlecht, schlecht, schlecht. Och, 100 Silber, 21 Bier und 10 Essen. Auch hungrig. Natürlich schlechte Laune dadurch. Oh, 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 oh. Sign the doctor. Wo haben wir denn? Productions. Militär. See. Fishing hut. Oh, das können wir auch nochmal machen. Aber. Aber wo ist ein Doktor? Kommt der hier rein, ne? Intelligenz. 1,6. Da wird, glaube ich, auch ein Doktor, ne? Build a field. 40 Leute, soll ich hoch? Ich habe immer noch 24. Ja, Mensch. Alle haben sie Hunger. Ja, Leute, holt euch doch was zu essen. Leute, dann holt euch doch was zu essen. Niemand sagt, dass ihr nicht essen dürft. Ohmeless. Ohmeless. Wieso hat die kein Zuhause? Beschleunigen mal ein bisschen. Ich hoffe, uns gehen die Leute jetzt nicht flöten. Wir bauen nämlich gerade zwei Häuser und ich hoffe, die haben dann danach wieder ein Zuhause. Obwohl, wir sind aber nicht mehr Leute geworden. Wie kann denn das sein? Drei Leute, die bauen sollen. Geht los. Das Haus ist gleich fertig. Ich hoffe, gleich haben wir keine Heimatlosen mehr. Aber doof, sowas. Zack. Nächster Haus ist auch schon im Bau. Aber guck mal. Newcomers will arrive in your village. Newcomers are seen. Okay, da sind neue Leute, die uns joinen wollen. Dann holen wir uns die mal zu uns. 24. Sollten gleich mehr sein. Zwei Leute, drei Leute, vier Leute sind obdachlos. Nö, 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 nö. So lübt das hier aber nicht. 30 und sechs Leute mehr gleich. Sehr, sehr, sehr cool. Sauber fertig die Bude und dann können hier gleich welche einziehen. So. Der Baum muss weg. So. Dann bauen wir hier direkt nochmal ein Haus hin. Jetzt sind wir aber andersrum. Und zwar direkt gegenüber davon. Ups. Und zwar wo auskommt. So, zapp zappapp, brauchen wir hier auch direkt nochmal eine Torch hin. Wir wollen ja nicht, dass es dunkel ist hier, ne? Keiner hat Bock auf Dunkelheit. Never. So, genug Essen ist auch da, jetzt bauen wir da nochmal ein paar Häuser. Würde ich hier hinten jetzt ganz gerne. Ein Haterer hat. Build a field, okay. Okay. Order wheat production. Assign a farmer. Good trend. Transition to self life. So. 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 So.